Nein! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da ist er! Da ist er! Alter! Alter! Ah! Juck! Alter! Der Prix ist noch rum! Wo sind wir hier? Ist das in euer Planet? Ja, okay. Oh! Den kennen wir doch! Das ist der aus Jackbox! Ich will mitkommen! Der rappt jetzt gegen uns! Genau! Der rappt! I'm becoming to feel like a rapguard! Rapguard! Nicht, dass das Reeping Angels sind! Nicht blinzeln! Blinzeln! Willst du nicht zuhause bleiben? Mein Angel! Glaubt ihr, die werden wach um ne bestimmte Uhrzeit? Guck mal da oben! Der chillt da! Nein! Ich spreng! Ich spreng! Mach'n Salto! Mach'n Salto! Nimm' jetzt Mike eigentlich... Aaaaaah! Aaaaaah! Ich spreng! Hallo? Yellow? Hallo? Aaaaaah! Aaaaaah! New Creature! Wieso new Creature? Was hast du das für Kreaturen? Schnell! Schnell! Hoarding Bug! Es passt auf mich! Es passt auf mich! Es passt auf mich! Aaaaaah! Nein, dann läuft nach Hause! Wo soll ich fahren? Wo soll ich fahren? Nein! Junge du Idiot! Folge meine Stimme! Erst glaub ich nicht, pass auf! Mich hab ich verloren! In der Stimme! Das ist kein walkie talkie der Name. Gehst du mal? Warum? Ich springe jetzt. Ich springe. Oder man ist tot wie Mike. Mike ist tot. Ja, gleiche. Zwei. Warum weg bin ich? Ich komm da nicht lang. Dann komm nach Hause. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Statuen bewegen sich! Oh mein Gott! Die Statuen bewegen sich, oder? Und ich bin jetzt leise wie ein Mäuschen. Alter! Die Statuen sind einfach aufpassen. Aber zwar, ich wusste, die würden nun mal wach werden gegen Abend. Ich lag echt nicht. Oh scheiße! Ach du scheiße! Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! What the hell! Oh oh! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Oh oh! Geh doch auf! Ich hab einfach gesagt, die Statuen bewegen sich! Ich hab' gesagt, die Statuen bewegen sich! Ich hab' schießen Raketen! Die haben halt ein... Weeping-erisch haben halt ein Eigenleben. Den geh' ich an Egg-Your-Eck gleich, ja? Pass auf, was du sagst. Wir haben 700... Tu's nicht! Den geh' tu's nicht! Arm-Bogus, 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 Arm-Bogus! Hilfe, 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 Hilfe! Ich hol' die Sachen! Daddy, nein! Daddy, nein! Hey, den hab' ich von an gemalt! Daddy, du bist nicht! Äh... Daddy... Daddy... Daddy ist das... Oh mein Gott, die fliegen weg! Ja, die können sich teleportieren, hab' ich gesehen. Äh, Daddy... Daddy... Daddy, siehst du sofort mit Raketen auf dich. Äh... Über uns ist einer, über... AHHHHH! AHHHHH! Hi! Verschleck dich, verschleck dich! Verschleck dich! AHHHHH! AHHHHH! Das ist wie dir! Schick' den Atma! Was? Ich hatte... Walkie-Talkie, Schaufel, Big Bolt und ein E-Stack. Das E-Stack war, glaub ich, das wertvollste. Willst du's nochmal holen? Soll ich mich umbringen? Soll ich raus? Nein! Nein! Ist doch keiner da! Hallo! Die gloriert mich! Hab' ich gefunden! Hab' ich gefunden! Leute, hat mich gefunden! Hab' ich gefunden! Hab' ich gefunden! Daddy! Verschleck dich, verschleck dich! Das ist so crazy! Die können aber nie zauern! Die können noch kommen sehen! Die konnten nur sehen! Das ist das Zäuchder! Hey! Ey! Alter! Der schießt auf Feuer, ey! Ich steff' den Booty! Ich steff' den Booty! Ey! Hey! Das ist so crazy! Baby? Hä? Hörst du das? Da warnt hier ein Baby! 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 Moment! Nein! Nein! Die haben dich geblackfaced! Nein! Das ist einfach die Uniform! Hä? Voll die coole Uniform! Das ist nur noch die Uniform! Das ist nichts anderes wär da! Das ist nur die Uniform! Lünge! Ne, jetzt geht's dir wieder gut! Hey Danny! Hey Danny! Er war aus der Existenz gelöscht! Hey Danny! Wie teuer war dieser Planet, Danny? 150! Warte, das geht ja noch! Geht ja noch! Wollt lieber woanders hin? Nein! Aber hier, jetzt kriegen wir richtig wenig Sachen die ganze Zeit! Und wir haben noch einen Tag und wir verlieren, dann müssen wir das ganze vorne! Was war das? Da ist Gefahr! Nutquacker glaube ich! Bin tot! Was ist das? Was hast du gesehen? Wrecken! Aber ich kann mich nicht bewegen! Meine Sicht ist vergletscht! Ich bin reingezoomt! Okay! Oh! Soll ich dich? Was geht meine Freunde? Soll das gerede was soll der geschrei! Der Bracken! Ja ja! Der versucht sich von hinten zu ziehen, mitzunehmen und dann mitzunehmen! Genau! Ich hab dir jetzt noch... Jetzt kannst du so bitte nach Hause gehen! Ich dachte da sogar der Notausgang, oder? Perfekt! Wo bin ich? Ähm... Geh mal nach vorne! Datachip! Oh! Cool! Datachip! Geh nach... Nach hinten, mein! Hinter dir, hinter dir! Geh jetzt nach vorne! Einfach nach vorne! Geh jetzt weiter nach links drehen und dann nach vorne gehen! Hier ist eine komische Polygonmauer! Ich kann die nicht hocherclampen! Oh! Siehst du irgendwo die Lichter? Ja! Dann geh an die Lichter und dann gehst du an die Lichter entlang! Ich bin bei nem Licht! Das Kabel geht durch den Berg durch! Sackgasse! Geh mal rechts! Ich kann diesen Berg nicht erklimmen! Der hat dein links, Entschuldigung! Guck mal, ob du da herkannst! Auch äh... Berg! Dann musst du so gerne misst so richtig schieben! Guck mal, ob da irgendwie ein Berg ist! Guck mal! Wow! Mike, sag was, wenn ich dich nach Hause holen muss! Der tot, Bro! Ich glaube, er ist tot! Ne, der lebt doch noch! Ach so, ja! Stimmt! Der ist doch noch gut! Die kann man doch noch benutzen! Hä? Wollen wir noch Hunger haben? Hä? What the hell? Dann geht die jetzt? Wollt ihr nicht für die Company arbeiten? Kündigt die etwa? Nein! Also kündigen würde ich niemals! Ich würde nur Urlaub nehmen! Die könnten auch! Ja, die kommen nicht persönlich! Nächsten Tag! Ich habe gehört, wir wollen heute den Führerschein machen! Hä? Wir wollen den Führerschein machen! Ja, das Fahrerführerschein! Ja, voll! Ja, voll! Ja, voll! Ja, voll! Und guck mal! Nächste Tipps, solche sind wichtig! Hier, Max! Tipps? What a job! Du sagst, das letzte ist wichtig! Alles andere kannst du ignorieren, aber das letzte ist wichtig! Wie lange der macht sich umdrehen! Wie lange der macht sich umdrehen! Mike! Welches? Mike! Mike! Welchen Tag haben wir heute? Also es ist gerade, guten Morgen! Es ist jetzt gerade Sonntag! Ja! Ja, es ist Sonntag! Komm mal her! Sunday! 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 Ich weiß nicht, was der PC dir sagt! Was sagt denn der PC? Er sagt, Happy Sunday! Und dann schreibe ich jetzt Thank You! Und der hat gesagt, keine Ahnung was das heißt! Ja? Deine Nase! Hihihi! Es ist nur du allein am Lachen! Nein, nein! Vielleicht ist es... DICHTICHT! Ich hab schon auf Talkies gestellt, ne? Hab er da bestellt? Was? Was war das? Warst du das, Danny? Bring Max kurz ins Exit! Ich küsse süße Urus auf den Mund! Was? Als ob! Ja, ich küsse süße Urus auf den Mund! Das ist aber illegal! Die sind minderjährig! Die wollen das! Die mögen das! Die sind jetzt auch rein! Ich geh jetzt zum Schiff und dann kann ich euch weiterführen! Mein Mike hat so einen Unfall! Hallo? Ich bin mit ihm ganz nah! And he Wunder so einen Jump! Ich glaube, irgendwie wurde erschossen! Ich bin mit ihm ganz nah! Und nicht wieder so einen Jump! Es war wirklich! Oh! Ich glaube, Inghi wurde erschossen! Nein! Mario ist tot! Verstehe es doch! Er ist tot! Daddy, warum sagst du Max? Er soll da bleiben, wenn wir beide tot sind. Er soll doch mitkommen, Idiot. Ich wusste doch nicht, dass ihr tot seid, Junge. Wo soll ich das wissen? Hättest doch Max fragen können. Ich dachte, wir sollen vielleicht ihn fragen. Aber nee, aber das ist doch eh nicht. Ich bin mir nicht sicher, ne? Aber Danny sieht relativ tot aus. Hm. Ich schätze, ich sehe einen Punkt. Ja. Willst du reingehen und ich gucke, wenn du stirbst, dass ich dann losfliege? Und du guckst, ob du noch die Items von Danny bekommst? Okay. Okay, das war eine Antwort. Hahaha. Jörg, ich will One Hits, Alter. Selbst mit Schild bin ich direkt tot. Warum renne ich? Wir werden nicht mehr lange spielen. Wir brauchen zu rennen, Alter. Sorry. Rast, 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 rast. Idii, guck dir den mal an. Guck dir, guck dir den mal an. Guck dir den mal an. Guck dir die an. Hier, der oben hilft. Nein, Iggy, nein. Iggy, nein. Iggy, nein. Iggy, komm schnell rauf, komm schnell rauf, komm schnell rauf. Iggy. Iggy, nein. Du erinnerst dich doch an letztes Mal. Doch, ich habe es gerade eingeblendet. Achso, jetzt muss ich es einblenden. Ach, Junge. Ach, Junge. Iggy, Iggy. Doch, du bist so ein Arsch nirr. Du bist so ein Arsch nirr. Das ist doch so ein Arsch nirr. Wo ist Iggy? Iggy, Iggy tust nicht. Iggy, Iggy tust nicht. Iggy tust nicht. Ich tust. Wir können gehen. Ja. 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 Ähm. Stopp, 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 stopp. Denny lass mich dran. Denny lass mich dran. Ich glaub wir haben den. Wir haben den. Kauf den Cruiser. Kauf den Cruiser. Hast du den gekauft jetzt? Ja, wir müssen genug haben. Kauf den Cruiser, Kauf den Cruiser. Kauf den Cruiser, Kauf den Cruiser. Kauf den Cruiser, Kauf den. Wo wollt ihr den Company Cruiser fahren? Was? Auf welchem Planeten wollt ihr den? Auf jedem? Haben wir jetzt den Cruiser? Ich hab noch was bestellt. Gott damn. Gott damn. Wie? Wie, du hast den noch nicht gekauft? Du musst erstmal was anderes kaufen. Was soll das heißen? Ich hab erstmal warten, bis das hier gekommen ist. Und dann komm ich in den Guter. Aber was hat das mit dem Cruiser zu tun? Ah, okay. Das muss ich nicht haben. Okay, einmal darfst du. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Idiot. Bist du ein guter Junge, Mike? Mike, bist du ein guter Junge? Ja? Dann muss ich das ja auch nicht benutzen. Ah, warum machst du das denn? Was ist das? Was ist das? Was macht das? Was macht der Magnet? Was macht der Magnet, ja ich kenne ihn gar nicht. Max, nicht springen, tu es nicht, tu es nicht. Nein! Oh mein Gott, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Ey, ich will mich auch hinsetzen, hallo. Ey Leute, Leute, ich kann mich nicht, okay, ich stell mich drauf, ich stell mich drauf, fast schon. Okay, los geht's. Ingi, bist du bereit? Ey, Danny, du machst zumindest die Tür zu neben dir, Junge, wie sind wir, GTA? Ja! Du Wichser, du Wichser! Was passiert hier? Ingi, du hast nicht zufällig Iggy mitgenommen im Auto, oder? Sag nicht, du hast das ganze Kaugummi da hinten hingelassen bei ihm. Alter, wie cool ist das denn? Wie cool das aussieht! Wow, wow, Alter, Alter! Ingi, du hast doch nen Führerschein, ne? Ingi, du hast doch nen Führerschein gemacht, ne? Alter, Alter! Wir haben die Crew fahren. Hä, man kann ja Drinks rein tun. Hä? Hä? Warum seh ich meinen Arm? Warum seh ich meine Arme? Hä? Ich seh meine Arme! Die sind da abgetrennt! Die sind da abgetrennt! Hinten durch! Hinten durch! Du warst hinten! Alter, mir guckt mich da an! Hallo? Wer ist da? Oh mein Gott! Ich hab Angst! Wir sind die Kinder im Van! Danke Danny! Sind wir jetzt die Sklaven? Sind wir mal da? Sind wir mal da? Sind wir mal da? Wie? Wie? Schau mal, schau mal mal! Schau mal mal! Schau mal mal! Warte, Danny! Frag nochmal! Frag nochmal! Frag nochmal! Alter! Alter! What the fuck! Was? Jungen! Ähm! Iggy! Es ist echt schwer! Wir sind hier nicht bei GTA, Iggy! Iggy! Alter! Alter! Jungen! Wir rauchen! Wir brauchen das! Wie? 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 Wie Rauchen? Was heißt heiß? Eject! Was macht Eject? Ich werde schon nicht wissen! Wer hat die Musik angemacht? Ich will fahren! Ich will fahren! Wer hat die Clown-Musik angemacht? Ich hab... Ich hab ne Einladen! Jungen! Was passiert hier? Was? Ich bin überfordert! Woah! Lass hier drehen! Alter! Was passiert? Bitte! Klingel! Ich werde das klicken! a-da-da-da-da-daha-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da, Santa! 帰-da-da-da-da-da-da! haft erfahrt-da-da-da counsel macht auch etwas weiter weiter! Du weisst schon, wie die mir das Ding fährt, oder? Was ist das los? Klingel Gehe! Warum ist das- Wenn das sich tut… Warum ist das… Jungen Kinder, die wissen, die Musik tötet mich … Was ist das… Wie fällt man das? Sag mal. Alter, Alter! Aahh, jubi! Alter! Du prügst es doch rum! Von wo kam eigentlich diese Clown-Musik? Wer von euch hat ein Radio angemacht? Wer hat das Radio angemacht? Sorry. Inge warte, wo ist jetzt? Ich kann nicht mehr. Dann ist deine Wagen jetzt kaputt für immer? Ich glaube schon, ja. Was? Ich bin nochmal krass. Inge, Biff ist so gestorfen. But the fuck. Biff. 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 Ich muss kurz meine quiette sagen. Biff. Biff. Oh. 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 Du hast recht vornehmlich, ich erkläre das jetzt, ja, so wie du im Endeffekt stimmst. Max, das ist nicht zu sehen, das ist nicht zu sehen. Du hast recht, hast du eine Gangschaltung gehabt. Ja, okay, du hast recht eine Gangschaltung gehabt. Also am Anfang musst du nichts anmachen, ja? Du musst lieber eine echte Gangschaltung. Der Niveau guckst du hin, was ist denn da? Ich stell mir das Bild nicht vor. Was ist denn da? Du musst parken, der Mitte ist Rückwärtsgang und hinten ist Vorwärtsgang. Du musst erst mal auf Vorwärts stecken, bevor du fährst. Ah, okay, auf 5. Und alles. Genau. Und Mrs. Ach, fass mich nicht an! Ich frag mich, wer da hinten wohnt. Das bestimmt ein cooler Ort zu wohnen. Anyways. Let me when you need my love. Call me on my cell phone. Wo seid ihr? Hi. Bye. Pass auf, es ist ne Mine. Bye. Die fliagt nur noch. 清 ge-brüht! Ich habe doch gesagt pass auf die Minen auf. Aber auf mich hört natürlich niemand. Ne. Hier war ich doch. Warte, von hier komm ich doch. Hallo? Max? Max, was? Oh nein. Was haben sie da ange... Mike? Pass auf, Mike, hier ist eine Mine. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Zu ihrer Linken sehen sie... Oh mein Gott, was hast du? Zu ihrer Linken sehen sie die Leichte von Danny. Und, pass auf, nicht reingehen, das sind zwei Minen vor dir. Und zu ihrer Rechten sehen sie die Leichte von Max. Ja, danke fürs Zuhören. Ich versuche rauszukommen. Ich kann Max nicht aufbicken. Ich renne raus, ja. Von wo kommst du, Inki? Von hier? Hier vielleicht? Weiß nicht. Ah ja, hier. Aber wir müssen woanders lang, wir kommen hier nicht mehr lang. Ja, das Ding ist, die Map ist nett und so, aber... Ich mag die Verbindungen hier nicht so wirklich. Du musst immer solche... Ist das der Wurm? Wann haben wir eigentlich den Kopf in der Frusa wieder? Man kriegt ja auch einen Führerschein wieder, Leute. Gar nicht. Danke Danny. Ganz jetzt nicht. Oh, Bienennest, Bienennest. Bienennest. Nein, geh nicht hin. Nein, aufschneid. Nein, doch Junge. Ich tue es nicht. Ja, kann man. Ich mach das nicht. Wir können es ja machen. Lass das am Ende erst mitnehmen. Ich hab da nichts mit zu tun. Ich mach das nicht. Diesmal nicht. Heute nicht. Nö. Ich hab keine Lust auf einen Blumenmann. Der mag mich nicht. Oh, scheiße. Du willst es haben? Soll ich das mitnehmen? Na, komm, nimm's. Na, komm, nimm's. Na, komm, Bienenchen. Oh-oh. 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 Wir haben das schon so oft gemacht mit den Desten. Trotzdem verkacken sie es jedes Mal, ey. Danny, wir haben es so oft gemacht und trotzdem verkackt ihr es immer. Junge, ich habe es noch nie gemacht. Ihr habt das immer gemacht. Echt? Ja. Das war wirklich nicht schwer. Ich hab immer nur den Bienending genommen. Was macht denn der Magnet? Der Magnet ist für den Kampf in die Cruiser. Damit er dann wieder mitnehmen kann. Ach so. Ich dachte, es wäre so ein Standard-Item, was wir noch nie hatten. Krass. Ingi, du kannst deinen Körper nicht anders denn Tarkimons verkaufen. Wie oft noch? Wollt ihr jetzt sagen, wir sind Game Over? Ja. Warum hast du es noch nicht riskiert vorhin? Ich gehe auf die Straße. Ich verkaufe mich selbst. Warte, noch nicht. Erstmal die Sachen. Warte, lass mal spielen. Lass mal spielen. Okay? Ein lustiges Spiel. Warte jetzt erstmal. Warte jetzt erstmal. Wir machen das Spiel jetzt ein lustiges Spiel. Okay? Okay. Also. Wir machen das so. Wir gehen in eine Reihenfolge. Erstmal drücken wir alle einmal. Dann drücken wir alle zweimal. Dann drücken wir alle dreimal. Dann drücken wir alle dreimal. Dann drücken wir alle dreimal. Ohh. D! Jetzt müssen wir zweimal. D! 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 Das ist 3 Ball. Oh mein Gott. Ja ok. Weiter gehts. Komm schon. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein. Der opfert sich nicht. Komm für dich Leute. Komm für dich. Komm für dich. Komm er schafft es. Er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Wir müssen uns doch opfern müssen. Jetzt haben wir nicht genug Geld. Haltet euch irgendwo fest. Irgendwo festhalten. Max. Halt. 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 Bis zum nächsten Mal.